In diesem Video geht es um die Canon EOS 250D. Ich habe sie schon mal ein bisschen ausgepackt mit dem was dabei ist. Die Kamera selber, das Objektiv ist halt das Kit, was ich mir jetzt gekauft habe und halt Akkunetzstecker. Ich baue sie mal schnell zusammen. Jetzt muss man das Objektiv dran. Akku und SD-Karte habe ich schon reingemacht. SD-Karte musst du extra kaufen. An der Stelle mal erwähnt, so ist die Canon jetzt aufgebaut. Ist halt ein Spiegelreflex, deshalb könnt ihr Objektiv auch wechseln. Kamera 2 könnt ihr öffnen und halt auch Zeug selber drehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.